Also Gnüttwunsch magst du erstmal zu der vorletzten Karte, der Geist. Lass uns die Karte auch nochmal angucken. Sieht da scheiße gesendert aus? Das müssen wir auch nicht. Ach stimmt, stimmt, stimmt. Oh Leute, der ist größer als oben. Full Art Dragoran gezogen. Das ist mir egal, die verkauf ich eh nicht. Auf gar keinen Fall. Die ist so krass. Sie hat so einen derben Wert, weil sie einfach aus dem letzten Booster kam. Genau die Karte, die ich brauche. Und wir hatten hier eine über 100 Millionen Tri-Coins-Wette. Oh mein Gott, Max. Hä? Was ist denn? Bestwetter! Was? Ey, Jo! Was ist passiert? Guck dir den Kipp an. Guckst du mir das mal an? Ich guck ihn mir gleich an. Ich muss mir kurz die Karten einpacken, dann bin ich bei euch. Das gefühlt wirklich so... Du hattest so ein Situationspark in Sondereifach. Das ist einfach so was Komplett. Oh mein Gott! Einfach vor allem Schell gemacht. Digga, alle Tränen komplett durch. Ich wusste, dass ich zitter, aber das ist so toll. Das war gerade... War halt auch die Karte, die ich brauche, hä? Ist so normal, oder? Digga, zeig mal kneten. Oh mein Gott! Mach das nächste Mal mit Heart-Rate-Monitor im Pokémon-Pack-Opening. Das finde ich wichtig. Bitte schau das on-stream. Wo sind meine Heart-Faces? Das ist ganz wichtig. Einer, die ich noch rechte. Nee. Oh ja, gut gesehen. Scheiße, sorry. Ich trage nur einen Magneton an. Scheiße, ich sage noch Magneton. Generell scheiße auf die ganzen Holos, die die einfach einen Arm versaut haben. Scheiße, Mann. Ich musste mich zum letzten Pack runtergehen. Boah. Ja, stimmt. Wieso hätte ich das nicht viel früher bekommen? Dann wäre alles chilliger gewesen, ne? So, jetzt den Clip anschauen. Ist das so heftig? Ja. Du hast es wirklich komplett abgeschenkt. Oh Mann, ey. Wie geil. Was ein geiles... Also so ein Scheiß-Pack-Opening, aber das Ende war ja total geil. Ja. Lachen. Es hat sich angeht. Wo ist der Clip? Es muss ja desktop, oder? Ja, ja. Nur, dass du halt... Also, dass du... Also, dass du... So, jetzt sehen wir mal den hier. Guck mal. Jetzt will ich mal sehen. Habe ich wirklich so... Also, ich weiß, dass ich gezittert habe, aber so... Mehr als sonst? Du hast komplett weggezittert, Alter. Über 100 Millionen. Rauche. Mewtwo. Und Dragoran Fullert. Was bekommen wir? Ah! Ey, ey! Das ist so... Das ist so... Das ist so... Das ist so... Kuckst nochmal. Kuckst nochmal. Kuckst nochmal. Kuckst nochmal. Jedes Mal dieses Rungeschrei, Alter, ich kriege doch auch Schmerzen. Das ist wirklich wie der Typ, der sich gerade einen Koks reinziehen will, weil er eine Woche genommen hat, weißt du, das ist einfach so ein bisschen gezitternd. Ich habe es so mitbekommen. Ich habe es sogar ziemlich clean reinbekommen. Das ist so ein geiles Spiel. Das ist so ein Brasilien-Ding, weißt du, was mein... Scheiße. Das ist so ein Brasilien-Ding. Guck mal, ich habe mein Gesicht an, wie ich mich hardcore konzentriere, aber die Hand einfach was völlig anderes war. So ein Ogre, der kann sich nicht die Menschen zu zerfleischen in seiner Hand. Geil. Oh, es hat so gelohnt. Ich liebe dich, Max. Scheiße, das habe ich brutal reingezittert. Alter, hier gerade 46 Monate Resub. Insane. Geborener Finger, 46 Monate. Alter, ja. Das ist doch nicht wahr. Das habe ich noch nie gelesen. Mann. Okay, nett. Noch nie gelesen? Nee, echt jetzt mal. Vielleicht hat der Name gechanged. Ja. Vielleicht. Jeremy, du könntest auch reden, weil man auf die Idee kam, das war dahin los. Aber das ist das Adrenalin, wenn man so lange nicht zieht, und dann zieht man was. Ja, und dann auch noch als letztes. Und dann als letztes und dann die große Wette und alles. Ey, die Wette hat es wirklich noch mal zehnmal geiler gemacht. Aber ich finde es gut, wenn die Leute jetzt mal stehen, wenn man was geiles zieht bei der Packung, weil alle immer sagen, wow, warum zitterst du so, warum zitterst du so. Und der Trend 20k. Man kann nicht nicht zittern. Man kann nicht nicht zittern, tatsächlich. Das ist wirklich so. Der Trend 20k. Ach, jener Punkt, du Basti. Der hat sich, glaube ich, mehr gefreut als dein Foto-Club. Ja, war jetzt so krass. Das war so krass. War legitärem Lennens. War legitärem, muss man sagen. War geil, ja. Redest du dann mit dem gleich über Chat oder was? Der fucking Clip, Alter. Ich hab's auch. Jetzt ist wieder alles normal. Was machst du dann? Ich mitte mich jetzt auf Discord. Alles normal. Ganz. Wisst ihr das? Das ist die Ruhe selbst. Wahrscheinlich. Nicht einzittern. Ja, guck. Das hab ich, also manche haben das ja immer. Wahrscheinlich auf Deutsch. Du willst nicht mich hören. Du willst mich während dem Spiel nicht hören. Jetzt mach mal hier noch ein paar, äh, Wenn ich mit jemandem Maschina spiele, der Trend 20 Grad hin und zack, und er mich hoch kann, und er mich hoch kann, und er mich hoch kann, und er mich hoch kann. Ja, das ändert sich auch mit Luf jetzt. Ja, egal wie scheiße war das. Und da kann ich nicht, wie ich nebenbei höre, denn ich muss das Video aufhören. Jetzt muss er nur noch, jetzt muss er nur noch 30, 30, 40 Euro bezahlen, dann hat er es cool. Ja, aber das wird er nicht machen. Er wird 70 Euro bezahlen. Ich hab mir nie zu, äh, geschnitten im Bett und so heute mein Video, wenn ich aufwache oder so. Oder vielleicht auch schon nachher werde ich gerade noch am Video's machen, bin einfach 70 aufrufen. Deswegen hab ich überall die Toploader bestellt, wo es welche gab, in der Hoffnung, dass irgendwelche ankommen, und dann auch in großen Mengen. Ich hab mir jetzt mal mit mir geschrieben. Aber jetzt kamen irgendwie alle an, und jeden Tag kommt noch so ein 3-4-Paket an von Toploadern. Ich denk mir so, warte mal, was soll ich denn mit 1.000 Toploadern? Und ich hab irgendwie 6.000 Sleeves oder so, du scheißt, das ist kartonweise. Jeden Tag kommt ein Karton Sleeves an. Und sagt meine Freundin, jo, da kam noch ein Paketblick an. Oh, nice, was ist drin? Ja, hier wieder diese Teile. Ich hab mir irgendwie so halb gedacht, ja, so ist das jetzt wirklich mit dem Klern oder so, aber dann saßen wir eh schon dran, und dann saßen wir eh schon dran, und dann war das schon zu spät gewesen. Digga, einfach so, entschaut einfach. entschaut einfach auch. Ich bin zwar im Moment wieder gut mit ihm, aber wie schon gesagt, ich kann nicht versprechen, dass das jetzt die nächsten Minuten, der weiterhin der Fall sein wird. Kann auch sein, der macht mir irgendeinen Hack-Mack. Ah, hier schreibt ihr mal, ich kann dir welche verkaufen. Ja, genau das brauche ich da. Gut, zugehört. Ich hoffe es zumindest nicht mal nicht. Ich hab noch ein paar stehen. Oh, fuck. Geil. Boah, das hat Spaß gemacht. Nee, der hat auch irgendwie, ich hab auch lange so Druck gemacht, wenn wir das Base-Set aufmachen, so, yo, mach auf jeden Fall genug Sleeves und Top-Loader natürlich überlegt, reicht das? Ach, schau, 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 nach. Dann denk ich schon wieder, reicht das, wenn wir uns alle einpacken? Ach, schau, 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 noch mal nach. Dann hab mir noch selber welche bestellt und dann noch mal welche und andere. Du kannst dann ein Dark-Tag-Opening machen. Vielleicht feiern sie, Leute. 360 Sleeves und 360 Top-Loader. Einfach on-stream. 6.000. Nein, nein, Top-Loader nicht. Pikachu und Glumander ballert. Wär's doch. Ey, das Drei-Agorand sieht auch einfach wirklich hässlich aus, ne? Ja, Mann. Das ist mega nice. Ja, Leute, der zockt schon wieder rein, Alter. Ekelhafter. Vor allem, er sagt halt auch nie, wenn er weggeht. Ja, jetzt ist, äh, das war ein weirdes Pack, Mann. Zweimal Magneton, dann haben wir sieben Secret Rares, was auch völlig unverhältnismäßig ist. Hä? Mhm. Weiß ich nicht. Du hast, die Box war maximal scheiße. Das war einfach nur der Moment, der geil war. Ja, ja, stimmt. Du machst jetzt auch, ey, bitte, Max, bitte, bitte, bitte mach die Case nicht auf. Lass die Case Evolutions bitte einfach zu. Die wirst du arschteuer verkaufen können. Hol dir einfach die Einzelkarte oder hol dir noch irgendwie ein paar Kanto-Powerboxen. Bitte mach die Case nicht auf. Das wäre so krass dumm. Das darfst du echt nicht machen, Max, Alter. Für eine Karte. Ey. Die du dir für 35 Euro kaufen kannst. Also vor allem halt die Case. So, meinetwegen kaufe ich irgendwie noch so ein Display oder so. Auch das wäre ja maximale Geldverschwendung. Das ist doch auch geil. Einfach die Case. Du hast eine geschlossene Case Evolution. Das ist doch übel neid. Wenn du die aufmachst, Alter, das ist doch... Ich will ja auch reingucken, wenn da alles gut drin ist. Ich will lieber die Displays hinter mich stellen, so, weißt du. Aber... Du willst die echt im Hinblick aufrund. Wie war das nochmal mit teuren Sachen? Weil potenzielle Gloom-Locken... So teuer, oder? Dafür würde jemand einbrechen und die klauen? Für eine Case? Nee, für Case Evolutions nicht. Für sechs Cases, aber... Weißt du? Aber du hast doch mittlerweile wirklich auch genug Nerd-Shit, um dir einfach einen geilen Stream-Hintergrund zu machen, oder, Max? Ja, eigentlich ja. Du brauchst dir den Stream-Screen auch so, wenn du dir einfach einen geilen Hintergrund machst stattdessen? Ich will ja das Face riesig haben. Darum geht's. Ja, das ist ja kein Problem. Machst du die Kamera halt näher an dein Face. Dann hast du viel bei den Rändern. Die Slowbros ballern nicht so rein. Oh, Tauwos. Misty ist nice, aber ist halt... Ne, haben wir ja schon. Auch das ist eine Promokarte, also zusätzlich. Ne, bei den Powerboxen. Die haben für mich sofort einen Wertverlust. Äh, Mega-Lurak, sehr geil. Zweimal Magneton. Die wollen wir nochmal zusammenpacken. Ganz weird. In einer... In einer... Ein Magneton hat eine Triple-Printline-Feder. Boah, Leute, wir haben halt auch gleich wieder einen Saal. Ich muss nicht mehr so lange machen. Das Ding ist halt, ich muss halt heute auch wieder aufstehen. Und... Ja, auch ganz nice. Sonst schreibe ich Jeremy einfach auch rein. Noch krasser als du, halt. Weil dann lade ich halt noch eins für die Videos für euch hoch, die auch so lange gefehlt hat. Und dann lade ich den Rest einfach für euch nachhauen. Passt doch. Wird schon keiner Stress machen. Ja, das letzte, den ich auch machen, sagst du, ja? Es fehlt noch eine Part, das ist natürlich hart. Aber, wie viel fehlt bei den Reverse-Holos? Soll ich... Wollen wir das... Jetzt ist es um eins. Was wird jetzt noch gemacht? Ins Bett gegangen. Mann, das ist schon um eins. Reverse-Holos. Es gibt ja... Es ist ja jeder einzelne Karte kann ja Reverse-Holos sein. Mhm, 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 mhm. Also jede einzelne Comment. Wollen wir das mit dem... Wollen wir das zusammen mit dem Chat machen? Geht das? Die Comments? Die sind doch Reverse, oder? Ja, ja. Alle Comments gibt's in Reverse. Einmal gucken und alles einmal sammeln. Ich hol alle meine Dicken. Ihr seid alle Mädchen-WG. Äh, Hanky's raus. Romatra's raus. Äh... Das war's. Ja, und die Anwesenden sind halt nicht cool genug dafür. Hä? Nee, ich durfte gestern nicht mal weitergucken, weil ich's Romatra versprochen habe. Aber... Ja, die sind da... Scheiß am Romatra. Was? Sollst du so sagen, schreit's aus deiner Freundin. Das kannst du nicht sagen. Ich hab nicht gesagt. Stopp. Halten sie an. Ähm... Ey, wenn ich mir das Parallelset angucke, hast du alle Reverse-Holos. Ziemlich sicher. Ja? Ja, dann lass machen. Dann ist das jetzt fertig, dann machen wir eine kleine Side-Folge. Ja, ja, okay, lass machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du alle hast. Okay, okay. Können wir sogar wecken. Das wär, das wär eine nice Wette. Okay, gut. Das ist übrigens durch. Das war, äh... Ein absolut legendärer Moment. Das Display war weird. Zweimal das gleiche. Wir hatten sieben Secret-Rares. Wir hatten Reverse-Holos-Duplikate. Hab ich alles nicht verstanden. Nichtsdestotrotz ist, äh... Das Dragoran-Full-Art da. Oh, das ist echt eine Leichtung. Das hat mich jetzt todes abgefuckt. Ich wär richtig... Ich glaub, ich wär richtig schlecht drauf, wenn das jetzt einfach nochmal eine Rare gewesen wäre. Aber jetzt haben wir's. Äh... Nächste Folge wird jetzt sein, wir zählen, ob wir alle Reverse-Holos haben. Alle Common-Cards. Weil ich kriege ja noch sechs Displays. Und mir fehlt nur noch Mewtwo-Full-Art. Notfalls kauf ich mir das. Im... Weil auf Card-Market oder sonst was. Dann habe ich alle Karten. Das wär auf jeden Fall nice. Aber es wär auch natürlich geil, alle Karten selber zu ziehen. Äh, ja. Ich würd sagen, ihr schreibt mal eure Meinung dazu am besten in die Kommentare. Schaut gerne bei Reapers und Caruso vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Haut rein. Tschüss. Hm, das war schon durch. Äh, jetzt machen wir direkt das nächste Intro. Das kommt wahrscheinlich auf den Second-Try-Kanal. Ich glaub ja, aber es wär cool, wenn wir's schaffen. One-Lot of Trimax hier. Wir haben gerade das sechste Display geöffnet aus Evolution. Und, äh, fünf Powerboxen. Insgesamt ja auch. Das sind ja nochmal 50 Booster. Äh, abartig viel geöffnet. Ich krieg noch eine Case. Das sind sechs Displays insgesamt. Und jetzt ist die Frage, weil Caruso ist auch dabei. Und der sagt, ich habe schon alle Reverse-Holos. Also Common Cards gibt's ja auch immer als Reverse-Holo. Und er sagt, ich habe alle. Einfach alle. Und wir werden das jetzt machen. Wir werden, ich hol jetzt meine Packung. Und dann gucken wir uns das an. Ja, sag. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Energie-Karten ein, zwei fehlen. Und vielleicht ein oder zwei Trainer-Karten. Weil die merkt man sich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du alle Pokémon auf jeden Fall hast. Okay, ich hol meine, ich hol die anderen. Ich bin jetzt gespannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich alle Karten in Reverse habe. Never. Doch. Okay, kann ich kurz nicht hören? Muss kurz die Sachen holen. Das wird nice, Leute. Einfach heute. Das Parallelset ist auch tatsächlich nicht so groß. Bitten in der Nacht am Pokémon gucken. Leute, ich muss mir nachher noch einen Wecker stellen. Ich schreibe mal kurz noch jemanden. Wartet mal kurz. Ich sag auch, er hat alle. Glaube ich. Digga, jetzt so viel geöffnet. Ja, es ist ja immer eine garantiert drin, Alter. Holy shit. Er hat 266 Booster aufgemacht. So insane. Das heißt, er hat 266 Reverse-Holos gezogen. Und wie viele Reverse-Holos gibt es noch zusammen? Ich hab noch kurz was zu 909 in den Kumpel zu mir geschrieben. Ich muss kurz die Switcher machen. Wartet mal kurz. Ja, aber er hat ja manche vielleicht auch dreimal. Ja, na klar. Also tatsächlich, vielleicht fehlt sowas wie ein Tangela oder so. Nee, das fehlt nicht, das weiß ich. Ey, wenn ich das hätte, wäre krass, oder? Ist das dann ein OG-Move? Das wäre cool, ja. Ja, voll. What the fuck? Das ist einfach nur Reverse-Holos. Nee, aber ziemlich sicher, das war last. Hast du auch wirklich erst 6 aufgemacht? Hast du nicht schon mehr aufgemacht? Nee, 6 Displays und 5 Powerboxen. 6 mal 36 sind plus 50. Was kommt da raus? 266. 266 Booster. Bist du im Preis? Ja. Also ich hab vorhin gerechnet mit Roundabout und 20 pro Pack. Weil du bist teilweise teurer, teilweise billiger bei weggekommen. Komm, starte, starte. Und dann sind es ja 266 mal 20. Und lieber Max, die Hochrechnung ergeben, dass sie, lieber Maximilian Trimax, bei einem Endbetrag von 5.320 Euro gelandet sind. Das schneiden wir raus. Nichts sollte nachmachen. Alter, das ist ein Sümmchen, Alter. Das hier ist die Ultra-Box. Ja, aber weißt du, was dabei wirklich noch am aller, aller bescheuertsten ist? Hm? Ja, das alleine des Glurak. Natürlich das Glurak zu bewerten. Das wäre nochmal ein Tauch. Aber alleine das, wenn das Glurak, gehen wir mal von der Traumbild aus, ja? Das Glurak wäre eine 10. Dann wäre dieses Glurak alleine ja schon fast so viel wert. Ah, Leute. Es wird keine 10 werden. Und das Bewerten macht alles nochmal so viel teurer. Aber mit 5.320 Euro drin sein, Alter, das ist schon. Du hättest ja auch ein Auto kaufen können. Just saying. Scheiße, ja. Ey, diese Power, das ist ja so eine krasse Box. Das ist ja wirklich eine Powerbox. Das sind halt alle meine Holos. Ich hab in einer Brotdose. Sorry. So, dann tun wir die hier auch mal erstmal so. Sack am Arsch. So, jetzt wird sortiert. Wer macht von euch eine Strichliste? Könnte ich machen. Echt? Zuschauer auch schön aufpassen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit einem derben Lex. Das sind alle Reverse Holos. Mehr hab ich nicht. Kann das sein, dass das nur so wenig sind? 266 mit dem Zahn. Das sind die mal 266, oder? Oder doch, kommt sein. Hast du die auch schon alle geordnet, ja, ne? Nein. Nur die in Toploader. Die in Toploader hab ich krass. Nein, nein, ich mein, die, ach so, ach so, wow, okay, dann hast du ja noch. Aber du hast alle zusammen jetzt. Du bist sicher, dass du nicht irgendwo anders noch Reverse Holos bist. Das weiß ich. Das kannst du uns dann gleich noch gucken. Ich würde sagen, wir fangen an. Wir fangen erstmal direkt an mit einem Brecher, okay? Glaube ich. Lumanda, Lutexo, Glurak. Reverse Holo. Dickes Set. Lumanda, Lutexo, Glurak. Das ist erstmal eine Eröffnung. Das ist erstmal eine Eröffnung. Erstmal zum Reinkommen. Erstmal zum Reinkommen. Dann haben wir hier, das sind die von eben gerade. Das ist hier so mein kleiner Reverse Holo Flex Stapel. Was für die Bestrichtliste, Caruso? Caruso? Ja, du bist so schnell. Lass mich kurz fertig machen, ja? Mhm. Puscher sind ja auch noch da. Mach doch noch Nummer unten auf der Karte. Oh, das ist nicht schlecht. Oh, Mann, ey. Der Arme. Ja, dann müsstest du sie ja gleich mit sortieren, ne? Ja. Ich werde erstmal trotzdem weiter flexen, okay? Weil die können wir uns so oder so merken. Ja? Ja. Pikachu, Reverse Holo. Raichu. Reverse Holo. Macholo. Macho. Macho Mai. Reverse Holo. Die können wir uns merken, weil das ein fettiges Set ist. Äh, Quapo. Ne. Äh, Quapsel. Mhm. Scheiße. Weiter, weiter, weiter. Ah. Das letzte, äh, Quapslo und Quapo sind die Ränder. Wer ist denn in der Mitte? Quapuzzi. Quapuzzi. Ja, klar. Stimmt, macht ja Sinn. Auch als vollständiges Set. Ultra-Set ist fein, dass ich so eine nice Sammlung habe. Carpador, Garados. Die können wir uns eh merken. Das sind so die OG. Ne, ne, der soll die da schon schön abhacken, Alter. Okay. Dann sind wir sicher. Hm. So. So. Jetzt habe ich die Liste fertig. Jetzt muss ich einmal wegstreichen. Welche hattest du jetzt schon alle? Also, Glumanda, Glutexo, Glurak. Ja. Habe ich? Okay. Mal präsenten, dass das echt ein brutales Set ist. Dann Pikachu, Raichu. Okay. Na? Habe ich. Macholo. Ja. Macholo. Machomai, hast du? Machomai und Machomai, ja. Das Set auch komplett. Ja. Quapsel, Quapuzzi, Quapo. Ja, habe ich. Die sehen so nice aus alle, ne? Carpador, Garados. Ja, habe ich. Pocano. Pocano, genau. So ist es auf Deutsch. Pocano und Akani. Akani, genau. Geil. Gut. Was für ein geiler Anblick. Ja, finde ich auch, muss ich sagen. Dann, äh, auch eigentlich eine Holo als Reverse Holo. Krass. Wie der heißt? Pipi. Pipi? Wunderbar rings. Dafür bin ich da. Magneton natürlich auch. Magneton Reverse Holo ist schwerer zu kriegen als Magneton Holo, ne? Das wisst ihr? Stimmt nicht. Doch. Ich habe ein Magneton Holo und sieben Magneton Reverse, äh, also, ne, andersrum. Ja, okay, stimmt tatsächlich. Sieben zu eins ist sick. Ja, weiter? Boah, Leute, ich bin so gespannt. Ich werde nach der Aufnahme nochmal was gucken gehen, Alter. Ich bin so gespannt, was ich dir teile. Weiter. Mew. Oh, mein Gott. Double Mew. Oh. Ist immer geil, oder? Ja. Mewtwo. Cool. Pikachu hatten wir schon, aber nochmal für den Flex. Da kann ich noch direkt einen anderen Pikachu mit rein tun. Ich habe ja heute vorhin auch noch einen gezogen. Ich habe dreimal Pikachu Reverse Holo, geil. Äh, Zapdos Reverse Holo. Das sind echt die geilsten Karten, ne? Warum ist das so satisfying? Geil, die Leute feiern es auch. Zapdos, ja? Ja, habe ich. Nidoking? Ja, habe ich. Ninetales? Äh, pack mal das Nidoking beiseite, weil da gibt es ja auch ein Set. Dann kannst du den direkt zueinander packen. Echt? Ah ja, stimmt, gut. Smart, 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 smart. Bei Ninetales kannst du auch zur Seite legen, das hat ja auch noch eine Vor-Entwicklung. Smart. Nochmal ein Raichu, lol. Und noch ein Raichu. Was? Digga, ich habe dreimal das Pikachu-Raichu-Set. Ist geil. Wo kommt der Zapdos her? Nice. Dann, äh, das reicht. Dann geht es weiter bei den Dicken. Ja. Lockdown? Mhm. Zweimal? Dreimal? Oh, ihr will Reapers haben. Verse, ich habe den. Okay. Was? In Reverse-Holo? Oh, Reverse weiß nicht. In Holo habe ich ihn. Das müsste ich jetzt auch mal gucken. Ich kann meine... Garados hatten wir schon. Ja, hatten wir schon. Machomai hatten wir schon. Hatten wir schon. Quapo hatten wir schon. Quapo hatten wir schon. Schanera hatten wir noch nicht. Du wirst nicht alle haben. Du hast ja ja... Du kannst gar nicht alle haben. Guck mal, du hast ja jetzt voll viele dreimal. Und es gibt insgesamt 100. Und das geht ja nicht auf. Also, es kann sein, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Mach weiter. Wir machen weiter. Schanera hatten wir. Apollo? Ja. Hey, jetzt hast du mir Angst gemacht. Echt nicht? Ich glaube nicht, dass du alle hast. Ich glaube nicht, dass du alle hast, Alter. Fass dir mal in deine eigene Nase. Hey, sorry. Ich glaube, dir würden so eine Karte wie Pullheel oder Pokédex oder Potion oder sowas würden dir fehlen. Abwarten. Abwarten. Fass dir mal in deine eigene Nase. Ich habe noch kein einziges Pokémon-Pack-up gemacht. Okay. Weird Flex-Karose. Dodo? Den Trimax, ja. Das Trimax. Das ist nicht Trimax. Das ist nicht Trimax. Das ist ein Trimax im Reelax. Das ist ganz entschuldiger für mich. Das ist nicht Trimax. Das sieht auch überhaupt nicht aus. WTF, das bist du. BTF. Ich habe ganz andere Füße. Kärfer dann? Überzeugt. Magnetilo, cool. Hattest du nicht? Pack den, aber du hattest auch schon Magneton. Pack den am besten direkt zum Magneton. Ey, wollen wir das so machen? Nee, das dauert zu lange. Nee, machen wir nicht. Scheiß drauf. Raupi, Raupi. Hast du Raupi aufgeschrieben? Ja, habe ich Raupi. Warte, davor war noch was. Was war das davor? Raupi habe ich aufgeschrieben. Oh, nix war davor. Habe ich auch abgehakt. Auch nix. Aber du musst bitte ansagen, weil ich muss nebenbei abhaken. Also Magnetilo hast du auch. Magnetilo habe ich. Oh, nix habe ich. Und jetzt mache ich die Trainerkarte hinten. Switch. Nintendo Switch. Ponita. Hatten wir noch nicht. Du musst nur sagen, wo du bist, Caruso, wenn du einen Haken machst. Ja, Ponita habe ich. Gut. Sandern. Sandern. Sagst du auch noch nicht. Sandern habe ich abgehakt. Mhm. Volt, Volt, auf. Sehr gut. Potion. Potion, du musst da, muss ich weit nach rechts, ja, habe ich. Diglett. Ja, Hotdog habe ich. Wartung, Trainer. Wie sieht der aus? Okay, habe ich. Sick, ne? Ah, das ist jetzt hier für Nido King, ne? Mhm. Nido. Eran. Eran. Oh, Safcon. Klar. Tun wir aufs Raupi drauf. Safcon habe ich. Elektec. Lobrospiritlink. Ja. Slowbrospiritlink. Warten Sie kurz. Esa habe ich. Porygon. Sir, yes, sir. Kekune. 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 Tue ich auch auf den Dings, die sammle ich. Professor Oaks Hint. Ja, Professor Eich habe ich. Haben wir schon. Schock hatten wir schon. Haben wir schon. Wulpix. Kannst du zu Wohl-Nonna packen. Echt? Nei-Fails. Nei-Fails. Oder? Ne, ne. Dreiher ist jetzt nicht geiler. Ratte. Ja, habe ich. Stern Du. Sir. Yes, sir. Brocks Grid. Der ist bei mir hier. Ja, ich habe ihn. Das wäre so krass, wenn das klappen würde. Traumato. Lila, 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 Lila. Habe ich. Safran hatten wir schon. Hatten wir schon. Den hatten wir auch schon. Da fehlt noch viel, ne? Ich habe auch noch viel. Oh, ich sage nur. Oh, jetzt bin ich aber aufgeregt. Hatten wir schon. Nidoran hatten wir schon. Morgitilo hatten wir schon. Dodo hatten wir schon. Den hatten wir noch nicht. Smogon hatten wir noch nicht. Lila habe ich, ja. Smogon, nice. Morgitilo hatten wir schon. Switch hatten wir schon. Morgitilo hatten wir schon. Kapsle hatten wir schon. Oh, oh. Aber das Devolution Spray hatten wir noch nicht. Devolution Spray hatten wir noch nicht. Scheiße, das sind echt Antopede-Duplikate. Das ist zwar ein großer Stapel, aber... Ja. Fehlt noch viel jetzt gerade. Fehlt noch sehr viel. Okay. Misty's Determination. Ja, haben wir. Die Kuna. Hatten wir schon, wir schon. Elektrik hatten wir schon. Blastoise Spirit Link. Ja, abgehakt. Hatten wir schon. Ponita hatten wir schon. Hatten wir schon. Charizard Spirit Link. Ja, den hast du sogar mehrfach. Den tue ich mal auf dem Extra. Hon Liu. Warte, ich muss den Charizard noch abhaken. Und Hon Liu hatten wir noch nicht. Ist jetzt abgehakt. Sandan hatten wir schon. Sandan hatten wir schon. Hatten wir schon. Wolterp hatten wir schon. Robi hatten wir schon. Tangela. Yes, Sir. Porygon hatten wir schon. Das haben wir dann auch zur Seite. Oh, 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 oh. Fehlt tatsächlich noch. Soll ich mal zählen, wie viel noch fehlen? Oder ist es egal? Äh, haben wir schon die Hälfte? Ja, ja. Ja? Deutlich mehr als die Hälfte. Deutlich mehr als die Hälfte? Ja. Da sind doch noch so viele Karten. Das ist möglich. Das schaffen wir. Komm schon. Glaubt mal dran. Karpato hatten wir schon. Safran hatten wir schon. Ich sag, bei den Energiekarten wird es häufig. Hopi hatten wir schon. Hatten wir schon. Energie. Blatt. 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 Okay, Blatt haben wir. Ja, gut, 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 gut. Nicht mal alle auf ein extra Ding. Hatten wir schon. Switch hatten wir schon. Dodo hatten wir schon. Devolution Spray hatten wir schon. Nebulak hatten wir noch nicht. Und dann hast du Feuerenergie. Die hatten wir auch noch nicht. Feuerenergie, extra Stapel. Krass. Porygon. Geht so. Okay. Mystery Determination hatten wir schon. Sehr schön. Ketune hatten wir schon dreimal. Elektrack auch das dritte Mal. Traumato das zweite Mal. Ich bin trotzdem. Hatten wir Traumato, ehrlich? Ja, Traumato hatten wir schon. Die Hotdog hatten wir noch nicht. Ja, die auch. Digga, das ist spannend. Ja, werde ich nicht haben. Noch ein Elektrack. Das wird weniger. Low-low Spirit Link. Hatten wir schon. Porygon, das achte. Da musst du wieder raus. Feuerenergie. Humatra-Energie. Hatten wir noch nicht. Noch ein Ketune. Cha-Cha. Super Potion. Hatten wir nicht. Super Potion hatten wir noch nicht. Reapers gibst du, das ist spannend. Na klar, das ist spannend. Deswegen bin ich da. Wirklich. Hi. Ey, wir haben einfach die Kanalwette-Option verkackt. Machen wir noch später. Machen wir noch später. Reapers war eine. Machen wir noch nicht. Und Tings. Wurde ich hatten wir schon. Rasse hatten wir schon. Stell, du hatten wir schon. Elektro, die Weiterentwicklung. Hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Ist eine Rare. Ist abgehakt. Rocks Grid. Hatten wir. Hatten wir schon, ja. Es fehlen noch so Karten wie Taubos. Ich spoilern, nicht spoilern. Nicht spoilern, nicht spoilern. Nur sagen wir viele. Ne, ne, auch gar nicht. Ja, okay, ne, jetzt, jetzt gar nicht mehr. Hatten wir noch nicht. Hatten wir noch nicht. Rock, ja. Glutexu hatten wir. Ich bin mal auf dem Dingstil. Stami hatten wir auch noch nicht. Uh, Stami ist gut. Ah, jetzt kommen die Rares, glaube ich. Das sind, glaube ich, die Rares. Electrode. Triple Hotdog hatten wir schon. Akani hatten wir schon. Hatten wir noch nicht. Liebe hatten wir noch nicht. Soll ich noch ein Glutexu. Kannst du Akani nochmal checken? Akani hatten wir schon. Akani hatten wir schon, safe am Anfang. Es fehlt aber nicht mehr viel. Okay, okay. Kani? Pipo? Ratte? Du hatten wir schon. Pidgey at Spirit Link. Hatten wir noch nicht. Yes, hatten wir noch nicht. Gute Karte. Full Heel. Hatten wir auch noch nicht, Full Heel. Oh, da ist die Energie. Blitzenergie, die vierte Energie jetzt schon. Lidlchino hatten wir auch noch nicht. Let's go. Dann muss ich mal ganz kurz jetzt hier einmal absetzen. Einmal absetzen. Es bleibt spannend, es bleibt spannend, aber einmal absetzen. Toploader holen. Für. Etc, etc, etc. Nein, ich bin jetzt wirklich. Soll ich zählen, blieb's für dich? Ja, sag mal. Nicht welche, nur wie viele. Neun, 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 neun. Oh, das ist schon viel. Zehn ist schon hart. Ich zähle elf. Elf. Es fehlen noch elf. Ui. Ui, 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 ui. Aber nicht schlecht. Elf, elf. Ziemlich genau elf. Es sind elf, ja. Komm, zieh noch, zieh noch, zieh noch, zieh noch. Aber da sind ja noch welche dabei, wo ich mir 100% sicher bin. Du kommst doch später, aber what the fuck? Was packst du dir jetzt alle ein? Ihr habt das gesagt mit dem Set. Oh, die Spannung raus, du wirst. Nein, nein, nein. Ihr habt das mit dem Set gesagt. Damit wir sowas machen können auch. Pause, Cem. Alles gut. Ruhig dich. Das ist cool. Das ist cool. Sehr cool. Sogar guter Vorschlag. Ich mag Dreierentwicklung, Fullsets. Finde ich extrem geil. Dann tue ich die erstmal zur Seite. Und dann haben wir auch hier zum Beispiel das Dreierset. Sehr geil. Clever von euch. Gibt es die Weiterentwicklung von Safcon hier überhaupt drin? B-Boy, ja. Nein, nein. Nee, von Safcon gibt es nicht, nee. Smetbo? Ach Gott, wieso habe ich die dann hier hingetan? Okay, weiter geht's. Switch hatten wir schon. Pokédex hatten wir schon? Nee, hatten wir nicht. Geil. Professor Oaksind hatten wir schon. Wasserenergie? Hatten wir auch noch nicht. Nein. Wie pass? Hatten wir, hatten wir. Nee, nee, aber wie viel fehlen jetzt noch? Ja, neun, glaube ich. Neun. Habe ich jetzt gerade zwei oder eins abgestrichen? Weiß ich nicht. Ich bin hier im Fokus. Pokédex und Wasserenergie, das waren zwei. Hatten wir? Äh, äh, Feuergeheenergie hatten wir schon. Energy Retrieval. Ey, sag mal ehrlich, sie sieht aus wie Spiegelkraft. Ja, ein bisschen. Nur ein ganz billig und schlecht gezeichnet. Oh, hatten wir noch nicht. Hatten wir noch nicht. Bisa, Frost, Spirit, Link. Oh no. Halt. 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 Brock's Grid, achte mal. Ponita hatten wir schon. Potion hatten wir schon, oder? Ja. Ja, ja, ja. Hatten wir schon. Onix hatten wir schon. Tangela hatten wir schon. Purikon das achte Mal hatten wir schon. Traumata hatten wir schon. Das ist der letzte Ministaffel, oder? Ich könnte eventuell noch, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, Mann. Irgendwo musst du noch welche haben, weil da sind Karten dabei, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass du sie hast. Erde Energie. Kann man da gehen? Energiekarte hin. Apollo, Midoran, Apollo, Magnetilo, Bonita, Full Heal, Midoran, Apollo, Bullpix, Machoke, Sandan, Wolfen, Voltron, Psychoenergie, Auge. Ja, das war eine von denen, wo ich wusste, die du hast, ja. Die dahinter hatten wir hier schon. Ja, hatten wir schon. Oh, hatten wir noch nicht. Hatten wir noch nicht. Normale Energie ist das. Double Colorless, ja. Unlicht? Ja, es fehlt nur noch eine Energiekarte. Metall. Ziemlich sicher, dass du die hast. Ziemlich auch, ziemlich sicher. Saftgorn schon wieder. Purrenta? Purrenta war eine Karte, die du noch gefehlt hast. Nee, es fehlt noch ein paar. Fehlt noch zum Beispiel, ich sag nicht, welche noch fehlt. Weiter. Hatte, hatte. Magma? Ja, hat noch gefehlt. Wie viele fehlen denn noch? Sag mal, welche noch fehlen. Willst du wirklich wissen? Ja, logisch. Also, es fehlt noch Reverse Yugong. Also, die Weiterbildung von Yurok. Es fehlt eine, wo ich mir ziemlich sicher, oder wo ich glaube, dass du sie nicht hast, Reverse Holo Revive. Und es fehlt noch Reverse Holo Stahlenergie. Eine Energie, glaube ich, dass du sie hast. Bei Radikal bin ich mir 100% sicher. Also, es fehlen noch drei Karten. Es fehlt noch Yugong, Radikal, Revive und Stahlenergie. 4K, 4. Boah, ich kann mir vorstellen, dass ich davon gar keine habe. Auch Radikal. Nebulak? Eigentlich musst du Radikal eigentlich haben. Ziemlich sicher. Jetzt muss ich kreativ werden. Wo habe ich die Dinger noch hingetan? Wo habe ich die hingetan? Du musst noch zwei Displays öffnen. Komm mal. Ja, Chad, ey. Mach mich nicht fertig hier. Ey, nicht 15. Blablabla. Ich streiche hier in Paint ab, Alter. Macht's besser, ihr scheiß Arschlöcker. Ich habe euch trotzdem nicht gekürzt. Arschlöcker. Finde ich aber gut. Er ist bei den Zuschauern von Triwigsbeleidigen. Warum nicht? Jetzt fühle ich mich richtig angesprochen. Ich habe nichts getan. Und ich bin so lieb zu euch. Sorry, ihr Models. You're safe. Oh, der hat einen Schatz gefunden bei sich zu Hause. Yugong hat er... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er Yugong hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Radikal hat. Ich glaube, er hat nicht den Reverse Trainer. Äh, also den Reverse Revive. Glaube ich nicht. Und bei der Stahl-Energie ist so ein 50-50. Also Yugong und Radikal hat das safe. Aber hatte er Stahl und Beleber? Radikal war schon? Ne. Sonst hätte ich Radikal, äh... Sonst hätte ich Radikal über... Abgehakt. Wie passt, kannst du dich an Radikal erinnern? Nö. Wenn irgendjemand einen Clip hat, wo Radikal schon war, Clip, ansonsten werde ich dir gebannt. Zumindest in meinem Chat. Was? Spannend. Bei mir auch. Radikal war am Anfang... Radikal ist halt die Weiterentwicklung, oder nicht? Radikal ist die Weiterentwicklung von Ratzfatz. Ratzfatz haben wir abgehakt, aber Radikal kam... Hatten wir nicht. Hatte er nicht. Haben wir nicht. Wieso schreiben das so viele? Spreu. Okay, wir machen, äh, weiter. Das ist jetzt erstmal nur noch ein Unvorsatz. Ich schlafe jetzt, glaube ich, vom Opening von gestern oder so. Kapsel, Volt, Ob... Blitzenergie? Hatten wir schon. Uh! Uh, Stahl! Stahl! Wichtig! Perfekt. Jetzt fehlen nur noch drei Karten. Es fehlt Beleber, Yugong, Radikal. Es sieht schlecht aus. Uh! You, Alter! Let's go! Ey, Beleber und Radikal, Beleber und Radikal. Radikal hast du ziemlich sicher. Oh, nee. Nicht. Das Metbro fehlt noch. Los, es gibt kein Metbro da drin. Ja. Jetzt... Habe ich nur noch vorsortiert. Ja, guck nach, in den Karten, du hast... Es fehlen nur noch zwei Karten, Max. Wir können jetzt hier nicht so unbefriedigend beenden. Ich weiß, ich weiß, aber... Jetzt habe ich hier nur noch als vorsortiert... Also, als... Ich meine, als... Ups, sorry. Alter, hat's da dagegen gekommen? Als noch nicht vorsortiert... Scheiße, überschwindelig. Was passiert? ... aus dem Glurak-Opening. Ich habe jetzt nur noch die Karten aus dem Glurak-Opening. Ich weiß nicht, was ich alles reingetan habe. Ich kann auch sein, dass hier gar keine Reverse-Holos mehr drin sind. Ich glaube... Ich glaube, der Revive fehlt. Ich kann mich nicht erinnern, den gesehen zu haben. Gut, du hast... Fucking 200... Du hast... Du hast... Du hast 2600 Karten. Also, ich kann mich nicht an jeder erinnern, aber... Letzte Hoffnung, dass es hier drin ist. Erstmal... kurz nochmal den Glurak-Presenten. In Holo. Der ist wild. Revive, sag ehrlich, wie geil fändst du ihn? Geil. Und... Hab ich hier sonst noch was? Nee, das kann ich ja niemals hier eingepackt haben, ne? Ja, vielleicht. Nein, nehmen solche Dinge doch nicht. Chill, seid's blödling nochmal. Bitte. Oh, Mann. Kann es dann nur noch in diesem letzten Stapel hier drin sein. Totox-Pirit-Link fehlt nicht. Totox-Pirit-Link hatten wir schon. Hatten wir schon. Das sind erstmal alles... Ey, erf... Fuck, was kommt jetzt für ein Stapel? Die sind halt gar nicht großartig. Die sind die Promos drin, ne? Ah, das sind die Promos, genau. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Es kann nur noch jetzt kommen. Oh... Wie stark sind die alle? What the fuck? Komm, komm. Ey, Chad Belief. Komm, komm. Null, das nochmal. Komm. Komm noch die weg. Zwei Karten nur noch, ja? Ja. Radikal und Revive. Scheiße. Oh, no. Komm, komm. Eben wird nur noch eine fucking Karten. Komm, wieso ist das so spannend? Was ist das, Digga? Alter, no way. Scheiße, scheiße, scheiße. Das war... Ey, du musst doch ein Radikal haben, Alter. Du musst... Als ob du kein Radikal gezogen hast. Ich hab kein Radikal. Ich hab's nicht. Was soll ich euch sagen? Ich hab's einfach nicht. Null mal alle durch. Null mal alle durch. Vielleicht haben wir die ja übersehen. Also schnell überfliege einfach mal kurz, ob du ein Radikal siehst durch die Reverse-Solos. Junge, das geht nicht schnell durchzuschauen. Ach, komm. Hier, das wäre das. Ich erinnere mich aber auch nicht, das gezogen zu haben. Na. Ich bin mir ziemlich sicher, das war eins hartes, Mann. Ja, aber vielleicht auch, weil wir sie echt... Ja, weil man immer wieder Ratti-Dings sieht. Nee. Ich bin echt oft in Rare gezogen. Ich bin mir... Ich bin mir... Das ist so kein... Scheiße. Ich geh mal meine Reverse-Solos durch, okay? Die Scheiße. 100% sagen die Leute. Die sagen das jetzt auch, weil ich mir relativ sicher bin. Es war eben dabei. Nein. Och, warte, ey. Ich habe keinen guten Stapel getan. Ich kann auch mal weitergucken. Guck mal hier, Statt. Das ist das, was Max braucht. Hast du es? Revive. Revive habe ich hier. In Reverse. Max, kannst du dich auch mit irgendjemandem tauschen, der das Mewtwo-Full-Art hat? Da musst du nicht noch ein Display aufmachen. Der ist ja gar nicht da mehr. Aber Radical habe ich auch nicht. Dreimal Radical in Rare. Ich bin gleich wieder da. Ich muss aber leise sein. Ich bin gleich noch mehr. 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 In jedem Boost hat eine Reverse-Holo. Hab das nicht ungefähr hingehauen? Von denen sind jetzt echt krank viele Karten uns angeschaut. Man muss 266 Reverse haben. Ich habe nicht mitgezählt. Ich habe nur abgestrichen. Ich habe einfach so ein fucking großes Paint-Bild aufgemacht, wo ich einfach reinkopiert habe. Ultra strong. Strong. Ich habe einfach Radical-Reverse-Selten als Hologlurak. Imagine. True, Alter. Wie viel? Schön blöd. Scheiße, ja. Gibt es doch nicht. Krass, ja. Ich auch nicht. Ja, da würde sich jetzt eine gute Sortiermaßnahme mal... Ja, ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Guck mal, guck mal. Ich gucke jetzt aber noch mal ganz kurz hin. Vielleicht habe ich noch was auf den Schrank. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich Reverse-Holo wegsortiert habe. Scheiße, Alter. Weißt du, dafür bin ich vor zwei Stunden noch mal aufgestanden, jetzt um die Scheiße hier mitzumachen. Ganz im Ernst, es ist einfach ein paar Paktes gehabt. Reverse, schließt du morgen auf? Ja, so... Du weißt doch. Ah ja, man kennt's. Einziges Secret, der mir gefehlt hat, war Kokowai. Und die finde ich mit am coolsten. Schade. Davon magst du auch aber zehn. Könnte doch tauschen. Ja, könnte man tauschen. So ein Secret-Rare Kokowai gegen so ein Reverse-Radikal, was sagst du? Hab ich nicht. Ich habe lieber. Ah, ja, oder so. Jo. Jo. wir kommen uns einfach in so zwei deckboxen kommen sollte das macht der tramix es bringt nichts dass es sind sich leute zu 1 millionen prozent sicher dass es hat und es sind sich leute zu einem prozent sicher dass es nicht hat er ist daraus gehen kann es max empfehlen einfach nur drei karten aus dem gesamten set ich habe nur noch dass sie gefunden die vorher wechselt das haben wir alle schon energie platte energie psycho energie und nicht energie normal kampf feuer und licht scheiße machst du machst die ganze was sie nicht auf für zwei reverse holokarten und eine volat das machst du nicht die fehlen drei karten was machst du nicht er wird sich so hart aufmachen er wird diese case einfach aufreicht muss gewinnen ich muss gegen die case auf was hoffe ich dass du alle aufmachen muss oder stop it du kaufst sie dir 60 50 60 50 euro gehst jetzt wagenkorb einpacken und hast alle nicht mal habe ich verloren nicht mal nicht mal hast du verloren was hast du verloren ein arsch voll geld es gibt es kann nur ein gewinner geben entweder mich und evolution und ich gebe mich nicht geschlagen da muss schon das evolution aufgeben naja schreibt es in die kommentare was denkt ihr ich kann mich ich kann mich gerade bildlich so an diesen abend erinnern wo ich zu max meinte nein max bitte 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 hol dir ein evolution übe bevor du das pack aufmachst was habe ich getan ja das warst du das warst du das warst einfach du tue ich die ganzen krassen eigentlichen holos als reverse holo auch noch in top loader ich würde jede reverse holo die du einmal jede reverse holo die beste halt auch in top loader machen weil das würde jeden fall ein komplettes set oder echt natürlich ein komplettes komplettes display bewertet durch ist voll geil alter eine komplette sammlung wie du kannst du hast dann jede karte aus dem set einmal in dem pop loader ist doch voll geil ja leute ich würde auch sagen wir machen an der stelle schluss ne gerne abo button und glocke aktivieren um nichts zu hassen gerne auch einen daumen nach oben da lassen wenn es euch gefallen hat da lassen leute würde mich fragen äh würde mich freuen würde mich fragen what the fuck würde mich freuen auf jeden fall leute ähm gerne auch einen kommentar da lassen würde mich freuen leute wie ihr wisst ich dies mir kommt einmal gerne durch heute und dann wünsche ich euch ein schöne eine schöne woche jetzt schöne ferientage den anderen und bis zum nächsten video leute tschüss 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 tschüss